Hallo, im letzten Video habe ich darüber gesprochen, dass ich meine Position in Procter & Gamble etwas aufgestockt habe, dass ich nochmal ein paar Aktien hier dazu gekauft habe. Procter & Gamble, also einer der größten Hersteller von jeder Menge Konsumgütern, die man im Allgemeinen im Badezimmer stehen hat, Waschmittel und so weiter, also ein großer Konzern, der relativ leicht prognostizierbare Umsätze und Ergebnisse für die nächsten Jahre bringt. Ich versuche also ab und zu schon mal etwas Spekulativeres bei Aktien, ich schaue aber relativ diszipliniert darauf, dass ich für jeden Spekulativeren kauf, den ich mache, dann zwei, drei Käufe in unter Anführungszeichen langweilige große Unternehmen investiere, die also möglicherweise nicht die billigsten sind von der Bewertung her, darauf komme ich in dem Video noch zu sprechen, die aber Umsätze und Ergebnisse für die nächsten Jahre haben, die für mich sehr gut planbar sind, wo ich ziemlich genau weiß, wie sich die Depotwerte unter verschiedenen Bedingungen entwickeln werden. Und wie ich mir Procter & Gamble eben nochmal genauer angesehen habe, habe ich mir wie immer mehrere Aktien angesehen, was für mich auch unter großen, gut planbaren Unternehmen fällt, in die ich auch hätte investieren können, am Schluss habe ich mich dann eben für eins entschieden, war aber noch Texas Instruments, also den meisten glaube ich in meiner Generation noch von den Taschenrechnern aus der Schule in Erinnerung, aber Texas Instruments ist einer der großen Chip-Hersteller, die werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, das Unternehmen habe ich mir ebenfalls angesehen und das große Medizintechnik-Pharma-Biotech-Unternehmen Johnson & Johnson habe ich mir ebenfalls genauer angesehen, dort habe ich auch bereits eine Aktienposition vor ein paar Jahren gekauft und auch da habe ich überlegt, ob ich zukaufe. Es soll also in dem Video darum gehen, um diese großen Unternehmen, um stabile Unternehmen, die allesamt nicht zu Schnäppchenkursen zu finden ist, aber wo man also meiner Meinung nach, wenn man stabil langfristig in Aktien investieren will, wo man schauen sollte, dass ein gewisser Sockelbetrag des Aktiendepots aus solchen Werten bestehen, Unternehmen, die also quasi in nahezu allen Marktlagen relativ gut performen, Unternehmen, die schon seit vielen Jahren kein Verlustjahr hatten. Und dann kommen wir auch eventuell gleich zu den Zahlen, also beginnend mit Texas Instruments, also nochmal das Unternehmen Texas Instruments ist eben von den Taschenrechnern her bekannt, aber ist einer der großen Chip-Hersteller, ist auch ein Unternehmen im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die nicht das Chip-Design machen und dann von Drittfirmen die Produktion übernehmen lassen, sondern Texas Instruments hat selber große Produktionsanlagen in Nordamerika, in Südkorea, in Japan und noch in einigen anderen Ländern und fertigt also selber die Chips. Die Chips von Texas Instruments sind nicht auf den KI-Bereich zugeschnitten, daher ist die Firma auch in der Berichterstattung etwas außen vor gelassen, werden aber in Bereichen eingesetzt, wie also den Großteil machen Chips aus, die nachher Industrie eingesetzt werden. Es gibt aber auch Chips, die in der Signaltechnik, im Automobilbereich, auch ein kleiner Teil im Rüstungsbereich, ich order die ganze Firma aber nicht im Rüstungssektor zu, sonst würde ich da eher ungern investieren, aber ein kleiner Bereich ist auch im Rüstungsbereich, also überall dort, wo Chips eben eingesetzt werden. Und was schon mal ganz interessant ist, wenn man sich bei Texas Instruments die Umsätze und die operativen Gewinne in Relation sieht, dann sieht man, dass auch Texas Instruments wirklich gute Margen macht und 30-40% der Umsätze auch als operativen Gewinn verbucht. Auch wenn die Chips von Texas Instruments jetzt nicht in einem Atemzug mit den neuesten KI-Chips von Nvidia genannt werden, sind Margen vom Umsatz von 30-40% schon ein Indikator dafür, dass das nicht einfach eine Bude aus Indonesien nachmachen kann, weil wenn man dementsprechend viel Konkurrenz hätte, dann wären die Margen geringer. Das heißt, die in den Chips von Texas Instruments muss, das lässt sich an den Margen erkennen, auch jede Menge Know-how drin sein, dass andere nicht so einfach kopieren können. Es sind also hier Chips, die in vielen Bereichen kaum wegzudenken sind, die regelmäßig erneuert werden müssen, wo also auch Autos werden immer wieder produziert, Signalanlagen werden immer wieder produziert, wo also die laufende Nachfrage nach diesen Chips da ist und dementsprechend hohe Margen erlaubt. Die Zahlen von Texas Instruments schauen insgesamt sehr gut aus. Ich habe mir die Firma angesehen, die Zahlen von 2016, also ich habe mir den Geschäftsbericht von 2016 angesehen und den von 2023, also relativ willkürlich ausgewählt und die beiden verglichen, habe aber schon geschaut, dass 2016 ein repräsentatives Jahr ist, also kein Jahr, das außergewöhnlich gut oder außergewöhnlich schlecht war, sondern die Zahlen verändern sich bei Texas Instruments, wenn man sie sich oberflächlich anschaut, graduell, somit macht es Sinn, zwei Geschäftsjahre, die acht Jahre auseinander liegen, sich anzusehen, um ungefähr zu schauen, wie haben sich die Zahlen in den letzten Jahren eben entwickelt. Der Gewinn ist zwischen 2016 bis 2023, also hier der Gewinn je Aktie, um 103% angestiegen, was ich jetzt schon toll finde insgesamt, also 103% Gewinnwachstum eben nachhaltig Stück für Stück, ohne jetzt ein einmaliges Rekordjahr zu haben, von 103% in acht Jahren, sind meiner Meinung nach schöne Steigerungszahlen. Die Dividende ist im selben Zeitraum, also zwischen 2016 und 2030, um 206% gestiegen. Als zahlenaffiner Mensch finde ich das ganz interessant, dass sie exakt doppelt so stark angestiegen sind wie der Gewinn je Aktie. Das ist allerdings auch ein kleiner Kritikpunkt, also wenn die Dividende doppelt so schnell steigt wie der Gewinn, ist das eher ein Indikator dafür, dass zu viel Dividende ausgeschüttet wird, beziehungsweise dass der Anteil an Gewinde ausgeschüttet wird, immer höher wird. Dementsprechend sieht man auch, dass in der Zeit, wo der Gewinn bei Texas Instruments eben um 103% anwächst, die Verbindlichkeiten um 160% anwachsen, mich hätte es eigentlich eher mehr gefreut, wenn man die Dividende gleich mit dem Gewinn gesteigert hätte, dann wäre die Dividendenrendite natürlich etwas niedriger, aber die Relation wäre für mich eigentlich gesünder, wobei man insgesamt schon sagen muss, dass sowohl Verschuldung als auch Verbindlichkeiten bei Texas Instruments extrem gering sind. Also das ist sicher eine der Firmen, die kein Problem mit der Zinswende haben, die die geringeren, höheren Zinsen, die sie aufgrund der geringeren Verschuldung nur zahlen müssen, aus der Portokasse zahlen. Ich bin hier, das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber irgendwo in einem Bereich, glaube ich, wo die Verbindlichkeiten weniger als das vierfache operative Jahresergebnis machen. Ich glaube sogar deutlich darunter. Also der Konzern, das sieht man auf den ersten Blick, ist von den Verbindlichkeiten her, von der Bilanz her, sehr sauber, sehr gut aufgestellt. Also insgesamt ist das Bild bei Texas Instruments meiner Meinung nach ein sehr positives. Also ich bin nicht bei dem Konzern investiert, habe auch eben mich beim letzten Video für Procter & Gamble entschieden und noch nicht für Texas Instruments, ist aber auf jeden Fall eine Firma, die auf meiner Liste drauf bleibt. Also die Gewinnsteigerungen sind gut, die niedrige Verschuldung ist positiv. Aufgrund der hohen Margen sehe ich, dass die Produkte gut weggehen, dass man hier also ein Know-how hat, was in vielen anderen Bereichen verwendet wird. Ein Risikoszenario, das bei Texas Instruments da ist, ist, es gibt auch Theorien, die durchaus sich mit Argumenten belegen lassen, dass die Chip-Industrie gerade etwas zu stark gehypt wird und möglicherweise hier deutliche Überkapazitäten aufgebaut worden sind. Also auf der einen Seite versucht man auch mit dem Inflation Reduction Act und so weiter, das will jetzt den Rahmen des Videos sprengen, aber unabhängiger von Taiwan zu werden. Das heißt, man baut außerhalb von Taiwan eben wegen einem Konflikt mit China, dass wenn es hier zum Konflikt kommt oder auch nur zu einem Boykotter-Insel oder zu einem Einkreisen, wie auch immer, dass man, also ich glaube, es ist leicht verständlich, dass man von der Chip-Produktion her etwas weniger stark von Taiwan abhängig ist als bisher. Das heißt, man versucht auch in Deutschland, haben wir das auch mit der neuen Fabrik von Intel, mit den hohen Subventionen, aber man hat also, man versucht hier weltweit etwas zu deglobalisieren und wieder etwas autarker in Richtung Chip-Industrie zu werden. Daher gibt es da auch relativ hohe Förderungen, also sowohl in den USA als auch in Europa dafür. Wenn jetzt gleichzeitig, also bei E-Autos werden deutlich mehr Chips verbraucht als bei klassischen Verbrenner-Autos, wenn jetzt also gleichzeitig, sagen wir mal, die Industrie in eine sachte Rezession rutschen würde, die Chip-Nachfrage im E-Auto-Bereich durch die stotternden Absätze im E-Auto-Bereich und eventuell einen Handelskrieg mit China, der zu Produktionseinbrüchen führt und noch vielleicht gleichzeitig der KI-Boom-Sprünge kriegt und dort die Nachfrage nach Chips etwas zurückgeht, auch da gibt es Ankündigungen von diversen Firmen, dass sie die Investitionen nicht mehr ganz so stark steigern sollen, dann könnte es also sein, dass hier die Chip-Nachfrage, die Produktionsstätten von Chips, also ein Angebotsüberhang ist und dass hier die Margen kräftig einbrechen, das wäre also ein Risikoszenario für Texas Instruments, wenn ich auf Sicht von 10 Jahren anlege und das tue ich, dann schockiert mich so ein Szenario auch nicht, das würde aber sicher bedeuten, dass der Kurs einmal ordentlich einbrechen könnte, also in so einem Szenario könnte der Kurs von Texas Instruments auch einmal um 50% einbrechen, das ist ein gewisses Risiko, aber eben die Zahlen in der Vergangenheit schon sehr gut aus, und auf Sicht von 10 Jahren glaube ich, dass das eine ganz gute Investition wäre, aber ein gewisses Risiko ist dabei. Das dritte Unternehmen, das ich mir angeschaut habe, bevor ich Procter & Gamble Aktien gekauft habe, war noch Johnson & Johnson. Johnson & Johnson ist schon seit Längerem in meinem Depot drin, ist eines der größten Unternehmen weltweit überhaupt aus dem Gesundheitsbereich, ist also in der Sparte Medizintechnik, Pharma ganz klassisch, aber auch Biotech-Beteiligungen und so weiter vertreten, den Consumer Healthcare-Bereich hat man letzten Sommer ausgegliedert, das waren ungefähr gut 15.000 Mitarbeiter von 150.000 oder so, die also da ausgegliedert worden sind, das heißt, die wesentlichen Bereiche sind bei Johnson & Johnson geblieben, das Unternehmen ist aktuell mehr als 300 Milliarden US-Dollar an der Börse wert, ist also einer der ganz großen, breit aufgestellten Unternehmen im Pharma-Bereich. Ich investiere also überhaupt nicht in Firmen, über die ich immer wieder mal auch ganz interessiert lese, eine Firma mit 250 Mitarbeitern im Biotech-Segment gut aufgestellt und angeblich vor Durchbrüchen in der Alzheimer-Forschung, finde ich also privat hochinteressant, aber um in sowas zu investieren, braucht man meiner Meinung nach Spezialwissen, das ich jetzt nicht habe, wie hoch die Chance da wirklich ist, dass ein noch experimenteller Wirkstoff die Phase 3-Studie gut hinter sich bringt oder so, da bin ich also persönlich ganz vorsichtig oder investiere einfach nicht, weil ich glaube, dass ich da zu wenig einschätzen kann und dass das Risiko zu groß ist, aber das ist halt schon bei einem Pharmaunternehmen mit 130.000 Mitarbeitern, also Johnson & Johnson, die so viele Forschungsbereiche gleichzeitig haben, dass das hier durchs Gesetz zur große Zahl sehr wahrscheinlich ist, dass jede Menge Studien floppen und Misserfolge werden, aber dass auch genug dabei sind, dass die auslaufenden Patente für bestehende Medikamente immer wieder erneuert werden. Zusätzlich habe ich eben noch die Risikoaufteilung, in dem da eben auch Medizintechnik und ein paar andere Faktoren noch dabei sind. Das heißt, Johnson & Johnson fallen für mich auch unter die großen, stabilen Unternehmen, die auch relativ krisenfest sind, weil quasi im Gesundheitsbereich spart man als Letzter ein. Naja, das sind Produkte, die einfach für ganz viele Leute ganz wichtig ist, teilweise eben wirklich überlebenswichtig und das ist grundsätzlich etwas, was ich ganz gern in meinem Depot drin habe. Ich bin also bei Johnson & Johnson auch schon seit 2019 mit einer überschaubaren Position bei mir im Depot dabei. Die Zahlen, was die Gewinne anbelangt, schwanken bei Johnson & Johnson deutlich stärker, als wenn ich es bei anderen Unternehmen vergleiche. Da dürfte es also eben um Patentabläufe, um zukünftige Bewertungen und Potenziale eben gehen. Wenn man sich die operativen Gewinne anschaut, also wirklich den Gewinn aus dem operativen Geschäft, dann ist der bei Johnson & Johnson sehr konstant und somit für mich auch relativ gut prognostizierbar. Ich bin hier also wirklich 10 Jahre zurückgegangen in den Geschäftsberichten und der niedrigste Gewinn, den Johnson in den letzten 10 Jahren gemacht habe, waren 2015 18 Milliarden und das beste Jahr war eben das letzte Jahr, 2023 mit 24 Milliarden. Ich habe also eine leicht steigende Tendenz. Enormes Wachstum ist bei Johnson & Johnson aber meiner Meinung nach nicht mehr in Sicht aufgrund der Sättigung und der Größe, die Johnson & Johnson schon hat. Aber dass in 10 Jahren der Gewinn sich nur in einem doch relativ kleinen Bereich von 18 bis 24 Milliarden schwankt, also kein einziges Jahr dabei ist, wo der Gewinn einmal auf unter 10 Milliarden runtergeht, also verglichen zum Beispiel mit vielen Energieunternehmen, wo es aufgrund der Ölpreisschwankungen ganz normal ist, dass man unter Anführungszeichen ein Jahr noch über 20 Milliarden an Gewinn einfahrt und wenn der Ölpreis gerade im Keller ist, im nächsten Jahr nur mehr 8 Milliarden. Also hier fällt Johnson & Johnson für mich eindeutig unter eines dieser Unternehmen, die für mich gut prognostizierbar sind. Quasi es kann immer irgendwas passieren, aber wo man doch sagt, die Möglichkeit, dass die Gewinne sich, also die in den letzten 10 Jahren zwischen 18 und 24 Milliarden operativ waren, dass die in den nächsten 10 Jahren sich irgendwo in einem Bereich 22 bis 30 Milliarden mit einer leicht steigenden Tendenz abspielen, das ist doch ziemlich wahrscheinlich. Ebenfalls die Verschuldung, also die Verbindlichkeiten sind bei Johnson & Johnson mit 99 Milliarden US-Dollar auch im Verhältnis zu den operativen Gewinnen höher als bei Texas Instruments. Also bei Texas Instruments ist die Verschuldungssituation wirklich vorbildlich, aber auch bei Johnson & Johnson, also wenn ich erwartet, für die nächsten Jahre im Schnitt 25 Milliarden an operativen Gewinnen pro Jahr, erwarten würde, das ist auch ganz konkret meine Erwartungshaltung sowieso in der Größenordnung bei Johnson & Johnson und ich habe Verbindlichkeiten von 99 Milliarden, dann steht das in einer absoluten guten Relation. Wenn die Zinsen also wieder erwarten, doch nochmal kräftiger ansteigen würden, dann wäre Johnson & Johnson nicht einmal ansatzweise in der Existenz gefährdet. Anders als bei Texas Instruments, die eben ganz vorbildlich verschuldet sind, wird Johnson & Johnson höhere Zinsen schon merken, in dem Sinn, dass es ein bisschen auf die Marge geht, weil man etwas mehr von den Einnahmen für Zinszahlungen verwenden muss, aber ich bin auch da im absolut grünen Bereich. Ich habe jetzt also vor der Entscheidung dann, die ich im letzten Video ausgeführt habe, warum ich mich dann für Procter & Gamble entschieden habe, überlegt, ob ich in die Unternehmen Johnson & Johnson, Procter & Gamble oder Texas Instruments investiere. Alle drei kommen für mich gut in Frage, um quasi so den Rumpf meines Aktiendepots zu bringen, weil das alles drei Unternehmen sind, die in ganz unterschiedlichen Bereichen sind, aber deren Produkte so wichtig sind, also bei Johnson & Johnson im medizinischen Bereich, bei Procter & Gamble im Badezimmer und bei Texas Instruments im Technikbereich, die man jetzt nicht als End-User kauft, sondern in vielen Produkten, die man dann eben als Endgerät dann kauft, wo aber Chips von Texas Instruments drin sind, also alle drei Firmen sind zentrale, große Firmen, die in der Wirtschaft eine Rolle spielen, deren Produkte sehr wichtig sind und die für mich beinhalten, dass ich die Glaube, die Gewinne und die Umsätze in den nächsten Jahren deutlich besser vorhersehen zu können, als das zum Beispiel in der deutschen Automobilindustrie ist, wo die Gewinne, also wo die Industrie sich gerade neu erfinden muss, wo teilweise bis zu existenziellen Problemen auftreten können oder auch im Bereich von künstlicher Intelligenz, was natürlich schon auch interessant ist, aber wo ich einfach Bewertungen habe, wo sich erst zeigen wird, welche Unternehmen in diese hohen Bewertungen reinwachsen, das wird bei manchen passieren, und welche Unternehmen aber sich vielleicht nicht durchsetzen, also man vergleiche da einfach nur mal, was Ende der 90er Jahre in der Anfangsphase des Internets an großen Firmen da ist und was heute noch da ist, also es gibt so ein paar Beispiele wie Microsoft, die damals schon im Tech-Sektor waren und die zu den großen Gewinnern gehört haben, es gibt aber auch zahlreiche andere Unternehmen, die damals in dem Bereich tätig waren, deren glorreiche Zukunft vorhergesagt wurde und die dann einfach von einem anderen Unternehmen deutlich überholt worden sind, das ist im Bereich einer neuen Technologie immer möglich, bei den drei davor, also auch heute besprochenen Firmen ist das eher nur schwer vorstellbar, weil die jeweils in ihrem Bereich schon seit Dekaden tätig sind und da einfach wichtige Waren, Marktsegmente seit Langem besetzen. Das bezahle ich, wie im letzten Video auch schon ausgeführt, durchaus mit einem höheren Preis, also es macht durchaus Spaß mit einem kleinen Teil seiner Ersparnisse meiner Ansicht nach auf Schnäppchenjagd zu gehen und Gewinne und Unternehmen zu suchen, die vielleicht mit einem Kursgewinnverhältnis von 6 oder 7 und einer Dividendenrendite von 6% ausgestattet sind, man muss aber immer klar sein, dass man das mit einem höheren Risiko bezahlt. Die Unternehmen, über die ich heute gesprochen habe, sind meiner Meinung nach Unternehmen, wo es sehr schwer vorstellbar ist, also in einer Aktienpanik fällt einmal alles, aber wenn man dann nicht genau dann verkauft, ist es also sehr schwer vorstellbar, dass Johnson & Johnson, Procter & Gamble oder Texas Instruments in 5 Jahren nicht höher bewertet sind, als sie heute bewertet sind, allerdings ist das Potenzial insofern begrenzt, weil die Unternehmen schon nicht günstig sind. Also bei Johnson & Johnson habe ich aktuell anhand der Analystenschätzungen, die ich mir vorher rausgesucht habe, so im Schnitt ein Kursgewinnverhältnis, also eben zu den erwartenden Gewinnen im nächsten Jahr von 28, bei Procter & Gamble habe ich ein Kursgewinnverhältnis von 25, bei Texas Instruments habe ich ein Kursgewinnverhältnis von 24, das sind also alles quasi Preise der Aktien, die also zeigen, ich zahle hier einen qualitativ höheren Preis für qualitativ hochwertige Unternehmen, hat eben den Vorteil, dass schwieriger vorstellbar ist, dass solche Unternehmen dauerhaft in eine Krise kommen und 80 oder 90% verlieren, es ist allerdings auch schwer vorstellbar, dass diese Unternehmen plus 100% in den nächsten 9 Wochen oder auch in den nächsten 6 Monate machen, von der Dividendenrendite her sind sie auch nicht rekordverdächtig, allerdings insgesamt auch nicht schlecht unterwegs, also bei Johnson & Johnson gibt es aktuell eine Dividendenrendite von 3%, bei Procter & Gamble 2,5% und bei Texas Instrument 2,9%, warum habe ich mich dann im letzten Video oder eben beim letzten Aktienkauf für Procter & Gamble entschieden, also bei den Chips ist doch die Frage her vom Timing her, ob es hier bei Texas Instruments nicht eventuell in den nächsten 12 Monaten noch günstigere Einstiegszeitpunkte gibt, bei Johnson & Johnson ist es doch ein nicht so gutes Wachstum in den letzten Jahren, also ich bin hier 2009, 2019 bei Johnson & Johnson eingestiegen bei der Aktie, habe in der Zwischenzeit meine 3% Dividende bekommen, die Aktie ist heute um 11% höher bewertet, als ich damals 2019 gekauft habe, also insgesamt etwas, wo man schon zufrieden sein kann, aber es gibt auch noch deutlich mehr an der Börse, Procter & Gamble ist dagegen in der Vergangenheit deutlich besser gelaufen, also habe ich eher noch einmal da investiert, wobei für mich schon in der Art zu denken wichtig ist, also ob ich jetzt heute in, also gestern in Procter & Gamble investiert hätte, oder in Johnson & Johnson oder in Texas Instruments, würde wahrscheinlich bei meiner Anlagestrategie aus Sicht von 10 Jahren relativ wenig Unterschied machen, wichtig ist, dass solche Unternehmen im Depot hochgewichtet sind, weil sie Risiko vom Aktienmarkt rausnehmen, über lange Sicht, aber trotzdem auch über die Dividende ein enormes Potenzial liefern, also man braucht sich nochmal anschauen, was eines der drei Unternehmen vor 20 Jahren an Dividende ausgeschüttet hätte, wie also hoch die Dividendenrendite wäre, wenn man 20 Jahre die Aktien gekauft und liegen gelassen hätte, bei Procter & Gamble bin ich also immerhin schon seit acht Jahren investiert, bei Johnson & Johnson seit drei Jahren, also 2019 auch schon fünf Jahre, also zu den 20 Jahren fehlt mir noch etwas, aber das ist eher das, was ich vorhabe, ich kriege ab und zu so Depots von Kunden oder auch von Zusehern mit der Bitte, ob ich mir das kurz mal anschauen kann, also persönlich, ich kriege ein bisschen die Krise, es ist jedem seine eigene Sache, wo er investiert und er muss dann auch mit Erfolg oder Misserfolg leben, aber ich kriege öfter mal Depots, wo Tech-Aktien 50% ausmachen, deutsche Aktien zusätzlich 40% und der Rest Krypto, da hätte ich also persönlich grobe Bedenken, Tech-Aktien sind in meinem Depot drin, also ganz bewusst Microsoft, Alphabet und Amazon und nicht Tesla, nicht Meta und nicht Apple, wobei bei Apple habe ich öfter mal geschwankt, aber bei mir ist die Gewichtung von Tech-Aktien bewusst irgendwo bei knapp 5% und nicht bei 50%, deutsche Aktien sind bei mir ebenfalls im Depot drin, aber auch ungefähr mit 5% gewichtet und diese Gewichtung ist auch ganz bewusst gewählt, also es gibt keine fundamentalen Gründe gegen Tech-Unternehmen, es gibt keine prinzipiellen Gründe gegen deutsche Aktien, es ist immer eine Frage der Bewertung und wenn jemand im Depot 2% Krypto dabei hat, gibt es meiner Meinung nach auch nichts dagegen zu sagen, aber wenn Unternehmen wie Johnson & Johnson oder Procter & Gamble oder Texas Instrument vollkommen fehlen, also diese stabilen großen Unternehmen, und man stattdessen nur auf Technik, auf deutsche Aktien, die eben gerade das Länderrisiko haben, dafür allerdings auch deutsche Automobilindustrie sensationell günstig bewertet sind, ich bin aber trotzdem nicht investiert, weil die günstige Bewertung wird nur dann wieder steigen, wenn die deutsche Automobilindustrie ein Turnaround schafft und das ist noch offen, ob das so sein wird oder nicht, also wenn die hoch spekulativen Bereiche insgesamt fast das ganze Depot ausmachen, dann muss einem halt klar sein, dass das Hochrisiko Aktien sinkt, wenn jemand sagt, gut, ich habe von mir aus einen Bonus von 4000 Euro bekommen und die investiere ich jetzt mit Hochrisiko, entweder ich verzehnfache mein Kapital in den nächsten drei, vier Jahren oder ich habe einen Totalverlust, dann ist die Aufstellung auch in Ordnung, aber wenn man quasi mit immer wieder jeweils eher bescheidenen Summen, aber langfristig versucht über Aktien ein Vermögen aufzubauen, dann ist eben schon wichtig, das wollte ich in dem Video auch nochmal zeigen, dass so stabile große Unternehmen, auch wenn sie keine Schnäppchenpreise haben, aber im Depot prominent vertreten sind. So, es hat 30 Grad, ich schweige schon relativ stark, ich hoffe, das war von einem oder anderen interessant und ich verabschiede mich, grüße euch.